Orbital Supermax Episode 2 Gelesen von Cecilia Wings Das Feuer im Hochsicherheitsblock, das sich durch Kabelkanäle in der abgehangenen Decke verbreitete, brannte so heiß, dass die Kunststoffblenden an den Wänden begonnen hatten zu schmelzen. Der dicke, schwarze Rauch, der in den Flur gelangte, erinnerte Nylan an Tinte, die sich langsam im Wasser ausbreitete. Wes Morgan, der Mann, den sie hier befreien wollten, drückte sein Gesicht nah an Nylans. Er hatte einen Ärmel seiner Gefängnisuniform abgerissen, ihn in seiner kleinen Spüle nass gemacht und dann über sein Gesicht gebunden. Den anderen Ärmel gab er Nylant. Dort oben. Er deutete an die Decke. Überhitzter Dampf. Und dort unten ist der chemische Rauch, der dich tötet, wenn du ihn einatmest. Bleib also so niedrig wie möglich, aber nicht zu tief. Er drehte sich um, um weiter den Korridor entlang zu gehen. Ähm, wir müssen auf das Flugdeck kommen. Es ist der einzige Weg aus der Station, sagte Nylant und zeigte in die Richtung, in der Kayla Wyrick auf sie wartete. Das Gefängnis war im Abregelungsmodus und sie war die einzige Person mit den nötigen Codes, die sie dorthin bringen konnte. Sie hatten also keine Zeit für Umwege. Nylant war mit einer Elektroschockpistole bewaffnet, die er von einem Schließfach außerhalb des Blocks genommen hatte. Und es gab immer noch die Möglichkeit, damit auf Wes Morgan zu zielen. Aber sie brauchten seine Hilfe, um an der Piratenblockade vorbeizukommen. Hey, aber wir gehen nicht ohne Asari, sagte Wes Morgan schroff. Äh, wer ist Asari? fragte Nylant. Aber Morgan hatte bereits begonnen, den Korridor entlang in Richtung der nächsten Zelle zu gehen. Nylant war sich sicher, den Namen schon einmal gehört zu haben. Aber er konnte sich nicht erinnern, wo. Also folgte er widerwillig, halb gebückt, so wie es Wes ihm gesagt hatte. Obwohl man kein offenes Feuer sehen konnte, war die Luft heiß und seine Lungen brannten beim Atmen trotz des nassen Tuchs vor seinem Gesicht. Er hielt vor der einzigen anderen besetzten Zelle in diesem Block. Statt eines Namens stand eine Reihe von Zahlen über der Tür. Diese, sagte Morgan durch sein Ärmelstück. Wyrick hatte Nylant ihre Identifikationskarte gegeben, mit der es ein leichtes gewesen wäre, diese Tür zu öffnen. Aber das hier war der Hochsicherheitstrakt. Hier wurden die UII-Gefangenen geparkt, von denen sie nicht wollten, dass sie jemand findet. Männer, die grausame Verbrechen begangen oder bekannte Verbindungen zu Piraten hatten oder... Nylant erinnerte sich plötzlich wieder, wer Yusuf Asari war. Ich werde diese Tür nicht öffnen. Sagte Nylant bestimmt. Asari war wegen versuchten Völkermordes inhaftiert. Ein tevarinischer Terrorist, der waffenfähige Viren auf einer der Kolonien in Geddern-System freigesetzt hatte. Der Plan war, die Infektion durch Transporte, die von der Kolonie zum UII-Raum zurückkehrten, zu verbreiten. Die Advocacy hatte Wind davon bekommen und die Kolonie abgeriegelt, bevor sich das Virus verbreiten konnte. Die Anzahl der Opfer auf dem Planeten hingegen war entsetzlich. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein Monster. Gut, wir können hier stehen und diskutieren. Oder ich kann dir einfach die Identifikationskarte abnehmen und die Zelle selbst öffnen. Dir die Karte zu lassen, ist reine Höflichkeit. Morgan wusste, dass Nylant bewaffnet war. Aber es schien ihn nicht zu kümmern. Vielleicht wollte er einfach nur verhindern, dass Asari in den Flammen starb. Wenn dem so war, konnte Nylant wohl ein wenig nachgeben. Ich will, dass du dafür bürgst, dass er die Station nicht verlassen wird. Morgan stimmte zu. Ich werde ihm nicht helfen, die Station zu verlassen. Was er auf eigene Faust macht, ist allerdings ihm überlassen. Mehr konnte Nylant wohl nicht erwarten. Asari kam nicht sofort aus seiner Zelle. Für einen Tevarin war er groß. Und das hatte was zu sagen. Außerdem hatte er Narben quer über das Gesicht und auf den Schultern. Die wegen des weißen, ärmelosen Shirts, das er trug, deutlich sichtbar waren. Morgen, sagte er mit einer undeutlichen Stimme. Es ist kein Stück aus, wie ich es erwartet habe. Schau nicht so dumm aus der Wäsche, sagte Morgan. Betrachte das als eine Art Rettungsmission. Asari blickte an Nylant vorbei, als ob er gar nicht da wäre. Ich kann dich nicht begleiten, sagte er. Meine tevarischen Brüder werden auf einem der unteren Decks festgehalten. Ich muss sie finden und dann werden wir uns den Angreifern anschließen. Sofern sie uns mitnehmen natürlich. Naja, und wenn nicht, werden wir sie wohl töten müssen. Ich verstehe, sagte Morgan. Er streckte die Hand aus, die Asari schüttelte. Es war mir ein Vergnügen. Ich werde euch wiedersehen, Wes, morgen. Wenn nicht vor dem Tod. Dann danach. Damit wandte sich der riesige Tevarin den Korridor hinunter und verschwand tiefer in das Gefängnis. Also wir gehen noch nicht zum Flugdeck, sagte Morgan, als sie zu Wyrick zurückkam. Er sprach weiter, bevor einer von beiden widersprechen konnte. Der Spielzeugelektroschocker, den du da hast, wird uns wohl nicht helfen, wenn wir den Typen, die die Abwehr einer Orbitestation ausgeschaltet haben, hier über den Weg laufen. Und ich will verdammt sein, wenn ich ihnen mit nichts weiter als meiner charmanten Persönlichkeit entgegentrete. Äh, keine Waffen, sagte Wyrick bestimmt. Morgen taxierte sie von oben bis unten. Pff, du bist ja ein süßes Mädchen. Siehst auch ganz gut aus. Du willst nicht herausfinden, was diese Typen mit dir anstellen, wenn sie die Chance dazu haben. Er ließ diesen grausamen Gedanken für einen Moment in der Luft hängen, bevor er fortfuhr. Du weißt, wer ich bin? Kayla Wyrick wurde blass, nickte aber. Du hast meine Datei gelesen? Ein weiteres Nicken. Ja, Kellogg IV wollte ein psychologisches Profil, bevor wir sie übergeben. Ich wollte es irgendwann nächste Woche erstellen. Gut, dann weißt du, dass ich kein Psychopath bin. Waffen sind ein Verhandlungsinstrument. Wenn ich nicht zum Schießen gezwungen werde, werde ich auch nicht schießen. Kayla Wyrick musterte ihn einen Moment lang. Dann nickte sie ein drittes Mal. Nyland hätte nicht gedacht, dass sie ihre Meinung wegen Morgans Drohung ändern würde. Sie war eine Psychiaterin, und Psychiater waren gut im Lesen von Menschen. Er vermutete, sie sah etwas in ihm, das ihr sagte, dass er die Wahrheit sprach. Leider waren sie nicht die Ersten auf der Station, die an die Waffenkammer dachten. Sie riskierten es, den Aufzug zu benutzen, und fuhren zwei Etagen tiefer. Dann ging es durch ein Labyrinth aus Gängen. Als die drei ihrem Ziel näher kamen, hörten sie Geräusche von Metall auf Metall. Und schreien. Und fluchen. Die Quelle war offensichtlich, als sie um die Ecke bogen. Ein Gefangener, der so dünn war, dass es aussah, als sei seine Brust konkav, drückte eine Reparaturpistole an eine verschlossene Tür. Das Werkzeug, das in der Regel verwendet wurde, um Löcher zu versiegeln, die durch Mikrometeoroiden in den Rumpf geschlagen wurden, löste aus, sobald es mit Metall in Kontakt kam. Angekohlte Flecken zeichneten ein breites Muster an den Stellen, an denen Öffnungsversuche fehlgeschlagen waren. Ein riesiger Gefangener, den Nyland als Albus Cronach kannte, stand bei einer Gruppe von Männern. Er hatte seine Arme vor der Brust verschränkt und beobachtete die Aktion mit Argus-Augen. Eine von einer toten Wache genommene Waffe lehnte gegen eine Wand in der Nähe. In Reichweite. Letzte Chance, umzudrehen und zum Flugdeck zu gehen, wurde Nyland nervös an. Wer bleiben? sagte Morgan. Er streckte seine Hand aus. Los, gib mir die Pistole. Nyland zögerte. Aber überraschenderweise pflichtete Wyrick ihm bei. Glaubst du, es würde auf die eine oder andere Weise einen Unterschied machen? Vielleicht machte es keinen Unterschied. Aber das Gewicht der Waffe auf Nylands Hüfte wirkte berühgend. Und das Gefühl wollte er nur widerwillig aufgeben. Sobald Nyland morgen die Waffe gegeben hatte, trat dieser zu einem der an der Wand montierten Control-Panels, zerschlug es mit seiner Faust und entfernte dann einen Draht aus dem Inneren. Er nahm den Clip aus dem Elektroschocker und tat etwas mit dem Draht, bis er Funken sprühte. Er untersuchte es kurz und steckte den Clip zurück in die Waffe, als er zufrieden war. So, jetzt ist er tödlich. Er hob die Waffe und richtete sie direkt auf Nyland und Wyrick. Nun, sagte Nyland und startete zu Wyrick. Das hat ja nicht allzu lange gedauert. Ähm, das ist alles Teil des Plans, nicht wahr, Morgan? fragte Wyrick optimistisch. Es ist Teil eines Plans. Pff, sicher, antwortete Morgan mit einem Achselzucken. Du weißt doch, was einem am ersten Tag im Gefängnis geraten wird. Finde den größten und gemeinsten Hurensohn und fange einen Kampf an. Das ist, was wir tun werden. Dann winkte er die beiden mit der Pistole vorwärts. Los, jetzt bewegt euch. Es dauerte ein paar Sekunden, bis der Mann mit der Reparaturwaffe bemerkte, dass die anderen Gefangenen verstummt waren. Aber als er es tat, senkte er das Werkzeug, hob seine Schutzbrille und sah dann zu Kronok. Der große Gefangene stieß sich von der Wand ab, trat mit seinem Zeh unter die Gewehrschulterstütze, schleuderte es damit in die Luft und fing es mit seinen Händen auf. Als er auf die Gruppe zuschritt, folgten ihm einige der anderen Gefangenen. Uuuh, sieh mal, Kayla Wyrick. Schön, dein hübsches Gesicht zu sehen. Wer sind denn deine beiden Freunde? Jeder hier kannte die Gefängnispsychiaterin. Nylans Blick fiel auf Morgan. Er umfasste den Griff der Waffe und nickte in Richtung des mageren Kerls mit der Reparaturwaffe, als wolle er ihm sagen, Nylans solle sich um ihn kümmern, wenn die Dinge schief gingen. Nylans aber zuckte mit den Schultern und tat so, als ob er ihn nicht verstanden hatte. Er war tapfer wie jeder andere Kerl, aber eine Reparaturwaffe schmolz Metall zusammen. Keine Chance, dass er sich freiwillig einem funkensprühenden Ende entgegenwerfen würde. Also, das heißt Dr. Wyrick, sagte Kayla Wyrick. Es war Dr. Wyrick, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Und es war letzte Woche, Dr. Wyrick, als sie in meinem Büro wie ein Baby geweint haben, weil ihre Freundin des Wartens auf sie überdrüssig wurde und mit ihrem Chef durchgebrannt ist. Cronach knifft die Augen zusammen, als wäre er geschlagen worden, und warf dann schnelle Blicke nach links und rechts. Weinen? Ich? Du denkst wohl an den falschen Kerl. Er zuckte mit der Schulter und sprach in einem weicheren, flehenden Ton. Nun, gibt das nicht eigentlich so etwas wie ein Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis? Wyrick war aber noch nicht fertig. Sie sah den Mann mit der Reparaturwaffe an. Oh, hallo James. Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Was, denken Sie, wird Ihre Schwester tun, wenn Sie weitere 20 Jahre bekommen, weil Sie versuchen zu entkommen? Bleiben Sie bei Slate und landen am Ende im Krankenhaus? Sie wollten ihr das doch alles ersparen, oder etwa nicht? James wurde rot und legte die Reparaturwaffe auf den Boden. Entschuldige, Cronach, ich kann das nicht zulassen. Ach, und Sie, Mick Brown. Sagen Sie, waren Sie nicht? Der angesprochene Gefangene wartete gar nicht erst, bis sie mit ihrer Frage fertig war. Hey, ja, schon okay, schon okay. Sie haben Ihren Standpunkt klargemacht. Ich werde Ihnen kein Haar krümmen. Nyland war fassungslos. Wyrick war es tatsächlich gelungen, eine der gewalttätigsten Gruppe von Männern auf der Supermax zu neutralisieren. Und das nur mit Worten. Auch Morgans Augen waren geweitet. Oh, gibt's jemanden, von dem Sie keine dreckige Wäsche kennt? Schulterzucken. Wyrick schritt nach rechts in die Mitte der Gruppe. Auch in High Heels reichte sie mit ihrem Kopf nicht einmal an die Schultern der Gefangenen heran. Trotzdem war es so, als besäße sie sie. Als besäße sie ihre Körper und ihre Seelen. Ich habe Neuigkeiten für Sie, meine Herren. Ich bin die neue Leiterin dieser Einrichtung. Das bedeutet, dass ich frei über Stationsprivilegien entscheiden und jedem, der uns hilft, Verurteilungsempfehlungen aussprechen kann. Sie blickte sich um und ließ die Nachricht sacken. Dann hielt sie ihre Identifikationskarte hoch. Und weil ich die aktive Gefängnisleiterin bin, habe ich auch Zugang zur Waffenkammer. Wes Morgan blinzelte, als hätte er bis zu diesem Zeitpunkt nur halb zugehört. Äh, warten Sie mal einen Augenblick. Auch Nyland stammelte etwas. Wer sollen Sie bewaffnen? Aber die Gefangenen begannen zu jubeln und übertönten ihn. Da hatte Wyrick die Tür auch schon geöffnet und sie fanden sich inmitten einer Gruppe feiernder bis an die Zähne bewaffneter Verrückter wieder. Nyland überlegte. Das Einzige, was diese Typen davon abhielt, sie alle drei aus der nächsten Luftschleuse zu werfen, waren Wyricks Zugangskarte und die fehlende Preisgabe vertraulicher Informationen. Hm, das war nicht viel. Kurz entschlossen griff er sich ein P4SC-Sturmgewehr. Wenn sie also jemals auf ihn losgehen würden, wollte er bewaffnet sein. Das 계zent ist ein P4SC-Sturmgewehr. SpielePl Kazakhstan